Ladies and Gentlemen, von den Machern von Street Dance und Street Dance 2 kommt 2014 Street Dance für die neue Generation. Street Dance Kids, der erste Tanzfilm für die ganze Familie. Eine coole Street Dance Crew braucht eine Bühne. Sehen Sie, die Sache ist doch so, Gemeinderat Tarrington. Die Kinder brauchen einen Ort, wo sie nach der Schule hingehen können. Das Gebäude wird trotzdem abgerissen. Das ist eine Katastrophe. Gute Ideen. Ich will mit dir eine Talentshow organisieren. Ja, und mit dem Geld können wir die Garage retten. Ich muss teuer früh sein. Au, Timothy, kannst du einmal nicht auf meine Füße treten? Kein Wunder bei diesen Quadratlatschen. Mama! Ich brauche Tänzer. Kümmern wir uns jetzt um dein Tanzen? Wieso das denn? Weil du grottenschlecht bist. Fünf, sechs, sieben, acht. Auto! Richtig viel Kampfgeist. Amy, schlag mich. Oh, wow. Und die neueste Musik. Wieso sind denn die CDs so groß? Weil es Schallplatten sind. Wie Nühl. Wie Müll? Ich bin zu alt für sowas. Wie alt bist du denn? 30? Ja, so ungefähr. Gemeinsam schaffen sie alles. Streetdance Kids. Gemeinsam sind wir Stars. Danke, Stöpsel. Stöpsel? Demnächst im Kino. Auch in coolem 3D. K kilo für bis zwei Zimmäisen. Wie più gut. Lasst me McDonald's. Dirk. Da. 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 Vielen Dank.